Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem Spiel mit den viel zu leisen Stimmen im Hintergrund Alice Madness Returns mit Brini Wir sind anscheinend im zweiten Kapitel, würde ich mal spontan sagen, denn wir waren mal wieder zwischendrin in der realen Welt Und sind nun hier in dieser Eis, Himmels, Meeres, Welt, würde ich mal sagen So von allem etwas Und sind direkt in einem Ladebildschirm gelandet Und irgendwo oben, jetzt Und mal wieder auf einer Rutsche Alice ist sehr viel am Rutschen und ich denke mal, ja, ich habe es mir fast gesagt Ich muss diesen rot leuchtenden, bösartenden Dingen ausweichen Aber, oh mein Gott Oh Gott, es steuert sich so ungewöhnlich Ich muss es schaffen Nein, ich muss so gerade spontan an die Rainbow Road beim Mario Kart denken Die ist genauso hinterhältig Und oh mein Gott, es ist so Nein, egal, oh mein Gott Oh Gott sei Dank, keine Rutschpartie mehr Ich muss kurz mein Ne Mein Gamepad ein bisschen modifizieren Moment, so Ich spiele immer noch mit dem Razor On, so Und spiele immer noch mit den Einstellungen des linken Sticks herum Um den perfekten Druckmodus zu finden So Wow Ah ja, ich habe auf dem Ich habe auf diesem Knopf noch den falschen Knopf liegen So, yes Und abwehr Wow, es hat mir erscheinend ganz gut weh getan Äh, oh, Fisch aus dem Boden Den ich nicht gesehen habe Hinterhältig Und ich wurde festgefroren Okay, aber man kann einfach rausweichen Steht ja, wir müssen uns ausweichen und ausweichen Aus ausweichen und raus Komm Aus Wir müssen uns ausweichen und ausweichen, genau Und ich bin gerade wieder derb aufs Maul Weil ich komplett nicht weiß, was ich davon jetzt targeten soll Komm, werf 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 Weg, 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 weg Wow Komm schon, du wirst werfen Ich weiß es, ne Du wirst mich hauen Finde ich aber nicht nett Und super, dass man ausweicht Und dann trifft es einen trotzdem Irgendwie Oh, okay Von wegen Ich habe gedacht Dieses tolle Steckenpferd Ist voll super Im Kampf gegen das Viech Hier aber nichts ist Ich hoffe es nur Dass ich hier den Getötet kriege Oh ja Der Modus ist einfach broken Das ist der Ich kann eh nicht verlieren Modus So Das sieht Das sieht mir verdächtig aus Kann man das vielleicht Irgendwie zerstören oder so Nee Das sah so verdächtig aus Okay, wir gehen weiter Durch den Tunnel hindurch Oh nee Lass mich raten Die Rutschpartie Ah nee, doch nicht Okay Klack, klack Und ein Muschelhaus Ich muss hier an Samsas Traum denken Wenn ihr Samsas Traum kennt So Ist das hinter uns irgendwie Ja, natürlich Netter Versuch Das zu verstecken Spiel Aber ich habe es entdeckt Eine Flasche Soll es sein Der Modus muss ich rein Sieht aber düster aus Was gibt es denn hier sonst noch Da Was Okay Die Frage ist Hoppla Geht es da weiter Oder ist da nur was Ein Secret oder so Hm Ich möchte mal In das Schneckenhaus Da reingucken Was da geht Mal schauen Was im Schneckenhaus so geht Hier ein winziger Hirnkitzler Für eine winzige Na für dich Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein Das alles Das alles Nur meinte er es total nicht so Ja geil Was haben die Herzkönigin und ein Taifun gemein Beide sind wahllos und zerstörerisch Beide sind grausam Beide sind gewalttätig Oder das alles Nur meinte er es total nicht so Ja das ist gut Okay Wir haben eine Rosenfarbe bekommen Ah Okay Es gibt Herzteile Wahnsinn Es gibt tatsächlich Collectibles Die was bringen Da bin ich auch begeistert von Okay Und im Hintergrund war eine heulende Ich Statue Hm So Wo wollten wir hoch Da wollten wir hoch Genau Hopp 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 So Und dann ist das Flaschenstift Das wir schon gesehen haben Also im Hintergrund haben wir es gesehen Und der Weg scheint irgendwie nicht Wir scheinen irgendwie nicht vorangekommen zu sein Das ist immer gleich weit weg Habe ich das Gefühl Hopp So müssen wir da rüber Ich gehe mal da rüber Ei da ist eine Schweinschnauze Die zahlt sich zu pfeffern Und was wird geschehen Oh eine Plattform Welche Überraschung Jedes Spiel sollte dreifach Sprünge haben Und die Option zu gleiten Dann werden alle Spiele viel einfacher Na gut das Spiel hat so geile Mechaniken Dass man da echt diesen Quattro Diesen Triple Jump braucht Mit Kleidfunktion Ey Ein Secret Also sag ich zu Dr. Bum Nee Dr. Bum Ich mein Modellbau ist ja gut und schön Aber Verschwendung von einer Richtig guten Buddel Da passt Gin für mindestens drei Pens rein Okay Also verarbeitet vielleicht Alice in diesen Wundern Wirklich ihre Erfahrungen Oder keiner was sie gehört hat Ich weiß ja also Da ja diese Dinger hier Diese Leuchtteil der Erinnerung sind Hat sie diesen Dialog schon gehört Also hat sie auch den Dialog wegen dieser Wegen Modellbau und Flasche und so gehört Ne Und mal wieder rutschen Super toll So da aufwärts Da leuchtet irgendwas Ah ja Ein Gegner Wunderbar Und ich treffe ihn erstmal nicht Super gut Ah okay Das war ja Immer noch sehr wenig Leben Aber irgendwie wird es schon passen Geht es da rum irgendwie Um das Ding Nein Gibt es nicht Ich dachte Das Spiel will überall Diese komischen Erinnerungen verstecken Überall Ah Ich wollte gerade sagen Oh what What Oh toll Super Spiel Mal wieder Total egal Ich lande auf dem Ding Das Spiel merkt Eigentlich sollte ich rutschen Hat mir aber die Zunge gegeben Einfach mich zu bewegen Und dann sagt es Oh pff Jetzt rutsche ich Immerhin kann man sich da heilen Los geht er rein Das Spiel ist so buggy Wieso gibt es immer noch keinen Patch Das wundert mich am allermeisten Ich dachte Am Anfang dachte ich ja so Okay Das mit den Stimmen müsste irgendjemand mal auffallen Also werden sie bestimmt einen Patch nachschieben Damit Wie ist uns das auch für Probleme gelöst Ich meine das ist ja Aber sie müssen ja nur ein paar Regler drehen Wahrscheinlich damit die Stimmen Lauter werden Diesen einstellen Da wird es ja wahrscheinlich eine Klasse für geben Oder so Aber irgendwie haben sie vielleicht keinen Bock Es zu patchen Naja Nrub Es ist ja nicht so als Wurde das Spiel mit Kritikerlob überhäuft So schade es ist Okay das ist schon wieder eine Pflanze Aber da möchte ich nicht rein Ich habe noch genug Leben Allerdings Aha Da What Da geht es runter Da geht es hoch Ich habe so viele Optionen In allmöglichen Richtungen zu laufen Das Spiel sagt mir nicht Wo ich jetzt zuerst hin muss Also Und dann wenn man irgendwo lang ist Dann kommt man nicht mehr zurück Egal So Das wäre jetzt riskant Haha So Da sind Szene Das heißt Da ich gehe von aus Dass das hier irgendwie so Secretmäßig ist Hier Hoffen wir es mal Sonst komme ich nicht mehr zurück Vermutlich Ey Tatsächlich ist es nur ein Secret Eine Flasche und so So Zack Da können wir es einschlagen Hier geht es aber auch weiter Mein Gott Es geht überall in diesem Spiel weiter Das ist ja Wahnsinn Und dieses wunderbare Unsichtbare Floß Ist auch noch am Start Okay Das heißt wir in diese andere Richtung Werden wir nie wieder sehen Wir sind jetzt hier Oder Ist es auch hier oben Derselbe Weg irgendwie Es kann auch sein Dass man von unten gekommen wäre Nee Keine Ahnung Lasst uns einfach mal weiter gehen Oder ja So Nee 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 Da hinten leuchtet irgendwas Da leuchtet Woz In der Ferne Ah Wir sind gleich am Schiff Und Hat der Hat der eine Flagge Auf dem Rücken Nee Doch Hat der Geil Steckt die Kanone weg Mädel Es wird Zeit zu springen Mal wieder Oh Und sie sinken Welche Freude Ich meine nicht dass es eine Herausforderung wäre Aber Äh okay Ja genau Natürlich Komm an Bord Alice Wir sind totgeweiht Was Gibt es denn keine Hoffnung Es gibt unbittlich viel Hoffnung Also komm rauf Verflickste Biester Die wollen mein Schiff Ich glaube sie haben es eher auf dich abgesehen Niemals Wir sind beinahe verwandt Du bist mit Suppe verwandt Admiral Ich hab's Wir verschwinden hier und besuchen die Show vom Zimmermann Ein echter Straßenfeger Der Zimmermann meint Dass wir nicht ernst nehmen Kann uns nicht verletzen Tauch jetzt besser ab Admiral Oder die Haie verschweißen uns Mal wieder war das Budget nicht da um eine richtige Cut Sequenz zu machen Also zoomen wir einfach auf die Artworks Und jetzt geht's wohl unter Wasser weiter Hey 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 Warum wir nicht da trinken Das wissen wir auch nicht Und wir können das Schiff steuern Super Idee Wir können mit dem Linkstick das Ding herumnavigieren Mit A können wir die Kanonen erfordern Mit Y können wir Wasserbomben schießen Also kommen wir wahrscheinlich jetzt einen Sidescroll Shooter Aber erst im nächsten Part Bis gleich Bye bye